Das war das. Da ist es runtergefallen. Hey Burning Man, haben wir es in ein paar Worten? Idiot. Naja, benutzen wir mal den Luft. Geht du das an! Dazu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bist, zu ihnen schaffst nach Neptunes Bounty. Dann könntest du sie vielleicht. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Du, Neptunes Bounty. Du, meine Familie. Bitte. Aha, also deswegen hilfst du uns, damit wir dir helfen deine Familie zu finden. Naja, ist ein vernünftiger Grund, also wir helfen dir mal, weil du warst echt nicht zu uns und ohne dich würden wir es nicht erleben. Das auf dem Bild ist, glaube ich, Dr. Steinman. Den treffen wir später noch. Und wer ist da vorne? Ein großer Schatten. Ist das die Familie von Atlas? Dann gehen wir mal die Abendfrau hin. Warum heute und nicht da? Oh, da ist er, bist du letztlich. Hey, hey, hey. Schluss jetzt. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, damit wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Kurbel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Oh, erklärt einiges. Na ja, trinken wir mal ein bisschen. Wuhuhuhu. Da bist du. Ich mache, was ich will. Es ist mein, Adam. Ich habe es mir. Willst du es auf die ganze Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verkannte Klau. Naja, hier ist eine Audiodatei, die sind überall im Spiel versteckt und die sagen etwas über die Stadt. Ach, wie ein Wahnsinnfest. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt in Hephaestus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch ein Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dummste Mädchen von Ranger. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was? Was ist passiert? Ich blute. Oh Gott. Was passiert hier? Was ist mit dieser Stadt nur los? Naja, das erfahren wir im nächsten Part von meinem bescheuerten Playthrough. Nein, wir sch��ke mal ein Schiff. Tschüss! 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 Vielen Dank.